Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man eigentlich das YouTube Profilbild bei sich am Handy richtig ändern kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierfür müssen wir erstmal in unsere YouTube App hineingehen. Ich klicke also hier drauf, dann hier rechts oben auf unser Logo einmal klicken und mein Kanal hier auswählen. Somit kommen wir schon auf unseren Kanal. Jetzt auf unserem Kanal mal hier oben auf diese drei Punkte klicken, dann hier unten auf Hilfe und Feedback gehen. Und normalerweise sollte hier sofort dieses Fenster erscheinen mit Kanal-Symbol verwalten. Eventuell kann es auch der Fall sein, dass du hier oben eine Suchleiste hast und in diese solltest du dann einfach mal Kanal-Symbol eingeben und dann anschließend auf Kanal-Symbol verwalten klicken, dass du zu dieser Seite hier kommst. Und wenn wir hier sind, müssen wir mal hier diesen blauen Link hier anklicken. Google Kontoeinstellungen heißt diese und wir kommen weiter. Wir befinden uns jetzt hier auf der offiziellen Google-Seite und hier kann ich auch mein aktuelles Kanalbild bzw. Profilbild sehen. Auf dieses kann ich jetzt mit einem Finger einfach draufklicken und entweder hier ein vorhandenes Bild verwenden als neues Profilbild oder ich lade noch ein extra Bild hoch. Klicke also mal auf Foto hochladen. Jetzt kann ich ausmeldet, ob ich es mit der Kamera noch aufnehmen möchte oder doch lieber eine vorhandene Datei nehme. Ich nehme eine vorhandene Datei, dauert dann kurz bis es lädt. Ich nehme mal dieses Bild hier und jetzt kann ich gleich noch mit einem kleinen Raster nämlich entscheiden, wie genau das Profilbild ausschauen soll. Also hier könnte ich noch etwas dieses Raster hin und her bewegen. Ich finde, so schaut es gut aus. Dann gehe ich hier oben rechts einmal auf dieses blaue Fertig. Es dauert kurz und schon können wir sehen, dass hier mein Profilbild aktualisiert worden ist. Doch das kann jetzt auch noch einige Minuten bzw. sogar einige Stunden dauern, bis es auch auf deinem YouTube-Kanal aktualisiert ist. Und somit haben wir das Profilbild jetzt auch schon richtig abgeändert. Wenn dein Smartphone jetzt schon etwas älter ist und du dir einfach ein neueres, hochwertiges mit einer stabilen Schutzhülle hier hinten dran zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellten, aber relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Geschäft hier für fahren. Wenn du dir also eins von diesen Tessilen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.